Der Kreml in Moskau, das Machtzentrum Russlands. Seit dem Jahr 2000 bestimmt hier vor allem ein Mann die Politik, ob als Regierungschef oder zum wiederholten Mal als Präsident. Er will an die großen Zeiten Russlands anknüpfen. Die russische Geschichte ist für Putin sehr wichtig, um seine eigenen Handlungen und seine Legitimität zu rechtfertigen. Putin weiß, was wirkt. Seine Auftritte erinnern an die imperialen Epochen des Zarenreichs und der Sowjetunion. Nach Jahren des Niedergangs ist sein Ziel, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Alles auf der Krim ist durchdrungen vom Stolz unserer gemeinsamen Vergangenheit. Putin und die Macht der Geschichte. Jetzt in ZDF History. Sochi im Februar 2014. Der russische Präsident hat die Olympischen Winterspiele ans Schwarze Meer geholt. Vor den Augen der Welt lässt Wladimir Putin die großen Wendepunkte der russischen Geschichte Revue passieren. Ob die Zeit Peters des Großen oder die Oktoberrevolution von 1917, es ist eine Rückschau in grellem Licht. Putin versteht die Bedeutung der russischen Geschichte für die Existenz der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, das sind Denkmäler, Symbole, Mythen, Heldengräber. Das ist Geschichte als Fundament der Nation. Machtdemonstration auf der Krim, die Russland kurz nach Sochi völkerrechtswidrig annektierte. Den Anschluss der ukrainischen Halbinsel rechtfertigt Putin nicht nur mit einer umstrittenen Volksabstimmung, sondern auch historisch. Russland hat bewiesen, dass es fähig ist, seine Landsleute zu schützen und Wahrheit und Gerechtigkeit ehrenvoll zu verteidigen. Putin meint, wo Russen leben, hat Russland auch Ansprüche. Wir sind uns der Unteilbarkeit des tausendjährigen Wegs unseres Vaterlands bewusst. Dieser historische Weg ist stark vom Glauben geprägt. Gerne beruft sich Putin auf seinen Namenspatron, den heiligen Wladimir, der als Fürst von Kiew das orthodoxe Christentum annahm und verbreitete. Und den Russen und Ukrainern heilig ist. Aus diesem Ursprung leitet Putin dauerhafte Verbundenheit ab. Hier hat der heilige Fürst Wladimir die Taufe empfangen. Seine geistige Heldentat, die Annahme des orthodoxen Glaubens, hat unsere gemeinsame Kultur geprägt. Er schuf die Werte und die Zivilisation, die Russland, die Ukraine und Weißrussland vereint. Das russische Reich entsteht im Norden im Raum Moskau. Doch bei aller Gemeinsamkeit haben die slawischen Völker der Russen und Ukrainer eigene Wurzeln und Traditionen. Aus Kiewer Sicht könnte man sagen, waren diese nördlichen moskowitischen Fürstentümer ganz primitive Republiken. Kiew war schon eine große Stadt, als da oben noch alles aus Holz gebaut war und noch kein Kreml und gar nichts stand. Doch als die Osmanen Konstantinopel erobern, wird Moskau Ende des 15. Jahrhunderts zur Hauptstadt der orthodoxen Christenheit. Die russischen Herrscher sehen sich in der Nachfolge der oströmischen Kaiser und ihres Reiches. Im Moskauer Kreml wird 1672 der Thronerbe geboren, den man später Peter den Großen nennt. Als Putin Präsident wurde, fragte man ihn, welches Herrscherporträt er sich ins Arbeitszimmer hängen wolle. Er sagte, bei mir hängen schon zwei. Eines ist das von Peter dem Großen. Der selbstbewusste Sprössling der Romanov-Dynastie ist der Begründer der russischen Großmacht. Peter erobert den Zugang zur Ostsee, dann gründet der junge Zar eine Stadt, die er nach sich selbst benennt. In St. Petersburg entstehen Bauten nach den Vorbildern von Rom und Versailles. Es wird zur neuen russischen Hauptstadt. Peters Reich wächst nach Osten, nach Süden und Westen. Auch Teile der Ukraine werden erobert. An der Ostsee besitzt Russland nun drei Seehäfen. Peters Blick richtet sich westwärts. Er gründet eine Kriegs- und eine Handelsflotte. Auf Reisen nach Italien, Holland und Deutschland nimmt er Maß für eigene Reformen. Ob in Handel, Handwerk, Verwaltung oder Militär. Er modernisiert sein Imperium mit aller Macht und mit Gewalt. Doch während Putin den Imperialen Peter feiert, sehen andere in ihm vor allem den Europäer. Es ist auch eine große Leistung Peters des Großen. Er hat das Fenster Russlands nach Europa geöffnet. Und auf diese Weise hat er die Spaltung zwischen Ost und West überwunden. Also Russland wurde dann zum Bestandteil Europas, zum Bestandteil der europäischen Völkergemeinschaft. Auch Katharina die Große, die aus Deutschland stammt, orientiert sich am Westen. Mit 16 Jahren kam sie nach Russland, heiratete den künftigen Zaren, ließ ihn später stürzen und übernahm dann selbst die Macht. Schon ihr Vorbild ist Peter der Große. Sie will sein Reformwerk fortführen und schreckt dabei, wie er, vor Gewalt nicht zurück. Unter ihrer Herrschaft wird das russische Imperium weiter wachsen. Sie lässt Sibirien erobern, teilt sich mit Preußen und Österreich die Gebiete von Polen und Litauen. Seit dem Tag der Machtübernahme kann sie sich auf ihre Soldaten stützen. Auch als sie die heutige Südukraine erobern und besiedeln lässt. 1783 gewinnt sie die Krim dazu, im Kampf gegen das Osmanische Reich. Putin 230 Jahre später. Auf der Krim liegen die Gräber jener russischen Soldaten, durch deren Tapferkeit die Krim unter russische Herrschaft kam. Die Krim steht für das legendäre Sevastopol. Neurussland nennt Katharina die eroberten ukrainischen Gebiete. An den Küsten entstehen Handelshäfen und Flottenstützpunkte, die Stadt Odessa und auf der Krim Sevastopol. Peter der Große hat im Norden den Weg zu den Meeren geebnet. Katharina öffnet das Tor zum Süden, zum Schwarzen und zum Mittelmeer. Der Zugang zum Mittelmeer ist ein traditioneller Traum der russischen Herrscher, russischen Eliten. Ein klassischer Traum, ein verhängnisvoller Traum, wie eine verhängnisvolle Liebe. Zar Alexander I. In seiner Ära wird das russische Reich existenziell bedroht. In seiner Jugend hat er aus der Ferne die Wirren der französischen Revolution verfolgt. Und er ist Kaiser, als die Truppen Napoleons weite Teile Europas erobern und eine Schlacht nach der anderen gewinnen, gegen Österreich, Preußen und Russland. Als Napoleons Heer Richtung Moskau marschiert, ruft Kaiser Alexander I. den Vaterländischen Krieg aus. 1812 brennt die Metropole, die Franzosen müssen die Stadt wieder räumen. Im russischen Winter bleibt nur der Rückzug unter schlimmsten Verlusten. Bonapartes Größenwahn rächt sich. Der Sieg über Napoleon geht als nationale Heldentat in die russische Geschichte ein, an die noch heute erinnert wird. Der Wiener Kongress. Russlands Zar Alexander gilt als Retter Europas. Er schließt eine heilige Allianz mit Preußen, Österreich und anderen Monarchien. Die europäische Balance soll wiederhergestellt, revolutionäre Kräfte unterdrückt werden. Die Schlussakte des Kongresses, der bis 1815 tagte. Russland hat sich auf der Grundlage von Vielfalt, Harmonie und Gleichgewicht entwickelt und dieses Gleichgewicht auf seine Umgebung übertragen. Ich möchte hier an den Wiener Kongress 1815 erinnern. Doch es ist ein Gleichgewicht auf Kosten anderer Mächte und Völker, etwa der Polen, die geteilt bleiben. Warschau gehört nun zum russischen Reich. So gehörte diese polnische Expansion zu den vielen Expansionen, die Russland eben in diesem 19. Jahrhundert dann vorgenommen hat, in alle Richtungen. In dieser Zeit, in diesem 19. Jahrhundert, wird Russland ja erst zu dem größten Territorialstaat der Welt. Ein Gebilde, wie es die Weltgeschichte noch nicht gesehen hatte. Mit einem Kaisertum, das uneingeschränkt regiert. Als Nikolaus I. den Thron besteigt, wagen junge Adlige einen Aufstand. Er lässt viele hinrichten, beharrt auf absoluter Macht. Mich erinnert die Situation im heutigen Russland an die Regierungszeit von Nikolaus I. An das autokratische Russland vor 150 Jahren, als es sich völlig von Westeuropa abschottete. Nikolaus bekämpft nicht nur die Opposition im eigenen Land, er unterstützt auch andere Monarchen, die Freiheitsbewegungen unterdrücken. Revolten in Polen lässt er blutig niederschlagen, unterstützt die Habsburger beim Kampf gegen aufständische Ungarn. Gendarme Europas, wird der russische Kaiser genannt. Auch außenpolitisch will er Stärke zeigen, die Macht über den Bosporus erlangen und im Geiste der Orthodoxie Konstantinopel zurückerobern. 1853 erklärt er den Türken den Krieg. Doch England und Frankreich fürchten ein allzu mächtiges Russland. Fast ein Jahr lang belagern Briten und Franzosen das russische Sevastopol im sogenannten Krimkrieg. Russland galt eben als jetzt die wichtigste Bastion der Antiliberalen, der antirevolutionären Kräfte in ganz Europa. Und daher ist eben eine westliche Allianz entstanden. Das führte eben dazu, dass Russland total isoliert wurde und Russland hat diesen Krieg verloren. Die Niederlage im Krimkrieg bewegt den nächsten Zaren zum Umdenken. Alexander den Zweiten. Er gewährt den gebildeten Glasnost. Etwas mehr Meinungsfreiheit, reformiert Gesetzgebung und Justiz. 1861 schafft Alexander die Leibeigenschaft der russischen Bauern ab, die schon lange nicht mehr produktiv war. Die Landwirtschaft insgesamt soll moderner werden, die Menschen freier. Um mit der industriellen Revolution im Westen Schritt zu halten, befiehlt der Zar den Eisenbahnbau und die Erschließung von Kohle- und Eisenerzvorkommen in der Ukraine. Er gilt als Hoffnungsträger. Deshalb würde ich sagen, dass Alexander II., der als Zabe Freier in die Geschichte Russlands einging, im Grunde die zweite Europäisierung Russlands in die Wege geleitet hat. Bezüglich der Einheit des Vielvölkerstaates zeigt er Härte. Per Dekret verbietet er die ukrainische Sprache. Das Volk soll im russischen Imperium aufgehen. Auf einmal fiel es dem Imperator ein, dass die Sprache des russischen Imperiums russisch sein müsse und das ukrainische als verdorbenes Russisch zu nichts zu gebrauchen sei. Immer weiter dehnt sich das Imperium aus. Die Völker Sibiriens, des Kaukasus und Zentralasiens werden in langen, blutigen Feldzügen unterworfen. Die Zaren glauben, das riesige Reich sei nur zentral regierbar. Und sie lassen es weiter erschließen. Eine Eisenbahnstrecke soll den Westen mit dem Osten verbinden. Viele Häftlinge leisten Zwangsarbeit beim Bau der transsibirischen Eisenbahn, die bald bis zum Pazifik reicht. Die Stadt Vladivostok wird gegründet. Zu Deutsch, beherrsche den Osten. Russland reicht nun von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und von dort bis zum Pazifischen Ozean. Ein Reich, das ein Sechstel des Erdballs umfasst. Aber nur die Hälfte der Bevölkerung ist russisch. Das russische Imperium war ein zentral kontrollierter, autoritärer Staat, der das Schicksal der anderen souveränen Nationen mit Gewalt kontrollierte. In diesem Sinn hatte Lenin recht, wenn er später sagte, das Zarenreich ist ein Völkergefängnis. Doch wie lange würde dieses Reich noch bestehen? Ende des 19. Jahrhunderts wird der letzte russische Zar gekrönt, Nikolaus II. Es ist auch ein Fest des europäischen Adels. Zar und Familie führen in den Palästen von St. Petersburg ein Luxusleben. Auch deshalb kommt es schon 1905 zu revolutionären Unruhen, die blutig niedergeschlagen werden. Als Österreich 1914 nach dem Attentat von Sarajevo Serbien mit Krieg droht, stellt sich Nikolaus II. auf dessen Seite. Der Zar befiehlt die Generalmobilmachung. Es gelte, die Serben als Slaven und orthodoxe Christen zu beschützen. Bald kämpft das russische Reich an mehreren Fronten. Er leidet vor allem im Kampf gegen deutsche Truppen hohe Verluste. Auch das Schwarze Meer ist wieder Kriegsschauplatz. Nikolaus II. trat aus mehreren Gründen in den Ersten Weltkrieg ein. Zur Unterstützung für die slawischen Brüder und zum Kampf um die Meerengen. Natürlich war das sehr wichtig für Russland. Die russischen Zaren sahen Konstantinopel vor sich. Sie sahen die russische Fahne über Konstantinopel wehen. Für die Mehrheit der Bevölkerung bleiben die Kriegsziele frei. Die Zaren sind in den Ersten Weltkrieg, die Ersten Weltkrieg, die Ersten Weltkrieg. Die Ersten Weltkrieg, 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 die Ersten Weltkrieg. 1917 zwingen Demonstrationen, Streiks und Meutereien Nikolaus II. zur Abdankung. Die Symbole zaristischer Macht werden beseitigt. Nikolaus II. hat die Macht abgegeben. Er ist eine schwache Figur und Russland verzeiht seinen Herrschern alles, außer einem, Schwäche. Der Sturm Roter Garten auf das Winterpalais des Zaren wird zum Symbolmoment der Oktoberrevolution von 1917 stilisiert. Tatsächlich übernehmen die Bolschewisten hier fast kampflos die Macht. Es ist die Stunde Lenins. Nach einer Welle von Protesten, Streiks und Landbesetzungen ist die gesamte staatliche Ordnung zusammengebrochen. Die provisorische Regierung aus Sozialdemokraten und Liberalen wird von bolschewistischen Räten abgesetzt. Sie geben die Macht nicht mehr aus der Hand. Um die Revolution im Inneren durchzusetzen, will Lenin Frieden mit den Kriegsgeten anschließen. Im Vertrag von Brest-Litovsk tritt die bolschewistische Regierung Gebiete an die Deutschen ab. Damit die Waffen schweigen. Die Bolschewisten kontrollieren jetzt nur noch das muskovitische Kernland. Alle nichtrussischen Gebiete lösen sich ab. Polen, Finnland und die baltischen Republiken, bis dahin Teil des russischen Imperiums, erkämpfen ihre Unabhängigkeit. Auch die Ukrainer wollen einen eigenen Staat. Die Folge ist ein grausamer Bürgerkrieg. Monarchisten, Bürgerliche und andere Gegner der Bolschewisten, sowie eine Vielzahl von Unabhängigkeitsbewegungen stehen einer Roten Arbeiter- und Bauernarmee gegenüber. Schließlich siegen Lenins Truppen mit Terror und Gewalt. Die Sowjetunion wurde durch Krieg zusammengeschmiedet. Es fand ein Krieg mit Georgien statt, ein Krieg mit der Ukraine und danach ein Krieg mit den baltischen Staaten. Die Sowjetunion war, wie das russische Reich, ein expansionistisches Imperium. Auf Lenins Befehl wird die Zarenfamilie im sibirischen Exil erschossen. 90 Jahre später werden sie vom obersten Gerichtshof Russlands als Opfer der kommunistischen Ära rehabilitiert. Im Laufe des Bürgerkriegs besiegen die Bolschewiki nacheinander ihre Gegner. Sie gliedern auch die Ukraine in die entstehende Föderation der Sowjetrepubliken ein. Polen und die baltischen Staaten bleiben unabhängig. Bald darauf stirbt die Symbolfigur der neuen Sowjetmacht. Lenins einbalsamierte Leiche wird im neu gebauten Mausoleum am Kreml ausgestellt. Er selbst hatte Moskau zur Hauptstadt der Sowjetunion und der Weltrevolution erklärt. Im Machtkampf um die Nachfolge siegt Josef Stalin. Er nennt sich selbst der Stählerne. Binnen weniger Jahre schaltet er alle seine Rivalen aus, lässt christliche Ikonen zerstören und Kirchen sprengen. Der neue Glaube heißt Kommunismus. Zwangskollektivierung soll die eigenständigen Bauern um ihren Besitz bringen. Anfang der 1930er Jahre lässt Stalin das Getreide beschlagnahmen. Selbst in der Kornkammer des Landes, der Ukraine, kommt es zu einer Hungersnot. Es waren Millionen russischer, ukrainischer, kasachischer, nordkaukasischer und volga-deutscher Bauern, die in den Hungertod getrieben wurden. Wobei das Sterben in der Ukraine am größten war. Das war eines der schrecklichsten Verbrechen Stalins. Das von Aufbauparolen übertönt wird. Mit riesigen Bauvorhaben und rasanter Industrialisierung modernisiert der Stählerne das Sowjetreich. Im Eiltempo. Millionen von angeblichen Volksfeinden werden zu Zwangsarbeit in sibirische Lager geschickt. Stalin unterzeichnet persönlich Todeslisten zur Säuberung, wie es heißt. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs im August 1939 trifft hoher Besuch aus Berlin im Kreml ein. Die Außenminister Ribbentrop und Molotow unterzeichnen den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. Im geheimen Zusatzprotokoll legen die Diktatoren fest, wie sie Polen und Osteuropa unter sich aufteilen. Ein gegenseitiger Freibrief für den Einmarsch. Stalin gefielen die territorialen Vorschläge Hitlers außerordentlich. Stalin gefiel es, die baltischen Staaten zurückzubekommen und Ostpolen zurückzugewinnen. Deshalb willigte er in diesen Vertrag ein. Und mit allergrößtem Bedauern muss man feststellen, als Hitler den Zweiten Weltkrieg entfesselte, indem er Polen überfiel, war Stalin sein Verbündeter. Aber im Juni 1941 wird die Welt Zeuge von Hitlers eigentlich im Plan. Die deutsche Wehrmacht soll Lebensraum im Osten erobern und die Sowjetunion zerschlagen. Sie wissen die Deutschen wie Befreier, was ihnen später zum Verhängnis wird. Sie wissen damals nicht, dass Hitler beschloss, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg entfesselte. Die Verluste Russlands im 20. Jahrhundert, die Verluste an Menschen waren dermaßen groß, dass man vom tragischsten Jahrhundert unserer Geschichte sprechen muss. Trotz riesiger Verluste, nach der Schlacht von Stalingrad kommt die Wende. Die Rote Armee erobert das eigene Land zurück. Gewinnt mit jedem Sieg neues Selbstbewusstsein in dem von Stalin propagierten großen vaterländischen Krieg. Auch die Ukraine und die Krim werden befreit. Hier will Stalin ein Zeichen setzen, lädt im Februar 1945 die künftigen Siegermächte zur Konferenz von Yalta ein. Der britische Premier Churchill, US-Präsident Roosevelt und der sowjetische Staatschef legen die künftigen Einflusssphären in Europa fest. Zwei Monate später tobt der Endkampf um Berlin. Die Menschen in der Sowjetunion sind stolz, dass ihre Armee Hitlers Hauptstadt erobert. Sie haben für diesen Krieg die meisten Opfer bringen müssen. Stalins Macht reicht nun bis in die Mitte Deutschlands. Die Bilder der Siegesfeier auf dem Roten Platz in Moskau zeigen den Sowjetführer nach seinem größten Triumph. Die Sowjetunion ist von nun an neben den USA führende Weltmacht. Eine Epochenwende, die sich einprägt. Natürlich ist für Putin, wie für jeden Russen, das größte psychologisch prägende und identitätsschaffende historische Ereignis der große vaterländische Krieg. Der Zweite Weltkrieg, der Sieg in diesem Krieg. Bei der Konferenz von Potsdam im August 1945 bestätigten die Siegermächte ihre Machtsphären in Europa, einschließlich der sowjetischen Gebietsgewinne durch den Hitler-Stalin-Pakt. Doch im aufkommenden Kalten Krieg spalten sich Ost und West. Sogenannte Volksrepubliken entstehen in Mittel- und Osteuropa, einschließlich der DDR. Sie zählen fortan zum sowjetischen Machtbereich, zum sozialistischen Ostblock. Stalins Armee war die größte, mächtigste Landstreitmacht der Welt. Er hatte eine kolossale Autorität, das war die Autorität des Sieges über Hitler. Das bedeutet, Stalin wurde zum Herrscher über die halbe Welt. Und als er dazu noch die Atombombe bauen ließ und sich dadurch absolute Sicherheit verschaffte, konnte ihm diesen Status keiner mehr streitig machen. Als Stalin 1953 stirbt, herrscht Staatstrauer. Bis heute verdrängen seine Anhänger, dass seine Tyrannei Millionen von Opfern forderte. Sein Nachfolger stammt aus der Ukraine, Nikita Khrushchev. Den Personenkult um seinen Vorgänger will er beenden. Sein Name steht auch für eine Politik des Tauwetters. Doch auch ihm geht es um den Erhalt sowjetischer Macht. Khrushchev verspricht Reformen und Liberalisierung, will Millionen von Häftlingen aus den Straflagern dem Gulag entlassen. So begann in der Sowjetunion der Prozess einer mühsamen Verabschiedung von dieser Zeit des stalinistischen Albtraumes. Und dieser Schock der Terrorjahre hat natürlich sehr lange nachgewirkt. Die Halbinsel Krim wird auf Weisung Khrushchevs, seiner Heimat, der Ukraine angegliedert. Bisher gehörte sie wegen des Militärhafens Sevastopol zu Russland. Dazu Putin heute. Initiiert hat diesen Schritt Nikita Khrushchev, höchstpersönlich. Ob er sich dadurch die Unterstützung der ukrainischen Nomenklatur sichern oder seine Schuld an den Repressionen in der Ukraine in den 30er Jahren wiedergutmachen wollte, das mögen die Historiker klären. Raketenfieber. Der erste Mensch in der Erdumlaufbahn ist der russische Kosmonaut Yuri Gagarin. Der Krimel-Chef ist überzeugt, dass der Kommunismus den Kapitalismus überrunden kann. Und er will auch bei der Raketenrüstung mit den USA auf Augenhöhe sein. Im Oktober 1962 fordert der Kreml-Chef US-Präsident Kennedy heraus, lässt auf Kuba Atomraketen stationieren. Khrushchev will das sozialistische Bruderland schützen und im Rüstungswettlauf aufholen. Die USA wollen eine solche Bedrohung vor der eigenen Haustür nicht hinnehmen. Die Welt steht am Rande des Atomkriegs. Gegenseitiges Einlenken in letzter Minute verhindert das Schreckensszenario. Auch der Streit um den Status von Berlin wird beigelegt. Mit dem Mauerbau wird die Grenze der Einflusssphären in Ost und West für Jahrzehnte betoniert. Seine Ära gilt als eine der Stagnationen. Leonid Brezhnev regiert die Sowjetunion fast 20 Jahre lang. Als Reformer in der Tschechoslowakei einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz fordern und durchsetzen wollen, lässt der Kreml-Chef Panzer rollen. Der Prager Frühling 1968 wird von Truppen des Warschauer Pakts gewaltsam niedergeschlagen. Es gilt ein Prinzip. Die Brezhnev-Doktrin, so wurde sie genannt, sie existierte ja vorher schon. Formell verkündet wurde sie dann in Prag 1968. Das hieß ganz einfach, dass wer einmal zum sowjetischen Lager gehört, dieses nicht mehr verlassen kann. Das war ein Denken in Welteinflusssphären, was natürlich die Amerikaner zum Teil eben auch hatten. Doch es gibt auch Entspannung. Brezhnev-Besuch bei Bundeskanzler Willy Brandt. Die Anerkennung des territorialen Status quo, Gewaltverzicht und menschliche Erleichterungen sind Gegenstand der sogenannten Ostverträge. Doch den Bruderkuss bekommt nur Erich Honecker. In Helsinki tagt die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Trotz des Rüstungswettlaufs und der Gegensätze der Systeme soll friedliche Koexistenz möglich sein. 1975 wird die Schlussakte unterzeichnet. Doch die Brezhnev-Doktrin gilt weiter. Der Kreml-Chef lässt 1979 sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschieren. Dort ist das sozialistische Regime bedroht. Brezhnev hat auch versucht, seine Anflusssphäre zu erweitern und das hat er in Afghanistan getan. Zehn Jahre später ziehen die Sowjet-Truppen aus Afghanistan ab. Es ist der Ausdruck seines neuen Denkens. Mikhail Gorbatschow will, dass Völker und Staaten künftig über ihren eigenen Weg entscheiden. Das starre, staatssozialistische System ist wirtschaftlich am Ende. Mit politischen und ökonomischen Reformen beginnt Gorbatschow, die Sowjetunion zu liberalisieren. Gorbatschow war sehr beeinflusst vom Prager Frühling. Er war 1969 in Prag und lernte viele Reformer kennen. In den 80er Jahren wollte er auf diese Idee zurückgreifen und den Kommunismus von innen erneuern, wie die Tschechen. In Polen ging die Gewerkschafts- und Bürgerrechtsbewegung Solidarność der neuen Zeit voraus. Auch Ungarn und Tschechen wollen über sich selbst bestimmen und schließlich auch die Ostdeutschen. Tauwetter auch im Verhältnis zu den USA. Reagan und Gorbatschow besiegeln den Abbau der Mittelstreckenraketen in Europa. Der eiserne Vorhang fällt. Die Regime der ehemaligen Ostblockstaaten können mit der Entwicklung kaum Schritt halten. Am Ende steht die Einheit der Deutschen. Beim Treffen mit Kohl im Kaukasus gibt Gorbatschow seine Zustimmung zur NATO-Mitgliedschaft Deutschlands. Doch die innenpolitischen Probleme wiegen schwer. Glasnost und Perestroika sind populäre Versprechen. Jetzt werden politische Transparenz und der offene Umgang mit der totalitären Vergangenheit eingefordert. Als die Wahrheit über die Geschichte ans Licht kam, als in Fernsehsendungen die Wahrheit gesagt wurde, kam der Traum auf zu leben wie im Westen. Aber die Wirtschaftsreformen bleiben halbherzig. Die sowjetische Wirtschaft ist marode. Versorgungskrisen lassen die Stimmung kippen. Die Zahl der Gorbatschow-Gegner wächst. Zudem fordern immer mehr Sowjetrepubliken Eigenständigkeit. Die baltischen Staaten erklären sich für unabhängig. Die Ukraine will dem Beispiel folgen. Kreise aus Militär und KGB wollen die Zeit zurückdrehen und die alte Sowjetordnung wiederherstellen. Zwar stellt sich Boris Yeltsin gegen die Putschisten, doch Gorbatschow tritt zurück. Das Sowjetimperium löst sich auf. Die im Westen populären Politiker Gorbatschow und Yeltsin sind die unpopulärsten aller russischen Herrscher, an die sich die Menschen erinnern. Weil man sie vor allem mit der Zerstörung der Sowjetunion assoziiert. Für die einen ist es freie Selbstbestimmung, für die anderen der Niedergang der Sowjetunion. Ehemalige Sowjetrepubliken wie die baltischen Staaten, Weißrussland, die Ukraine und Kasachstan werden unabhängig. Russland verabschiedet sich von der roten Fahne und hisst die Trikolore der Zarenzeit. Gorbatschows Nachfolger Yeltsin ist Russlands erster, direkt vom Volk gewählter Präsident. Er zieht vertragsgemäß Sowjet-Truppen aus den früheren Bündnisstaaten ab. Auch aus der früheren DDR. Der Warschauer Pakt, das militärische Gegengewicht zur NATO, löst sich auf. Es ist ganz klar, dass Yeltsin weder am Zusammenbruch der Sowjetunion interessiert war, noch an ihrer militärischen Schwächung. Aber als er an die Macht kam, dachte er, auch Russland könne kollabieren. Yeltsin wünscht sich auf dem OSZE-Gipfel in Budapest ein blockfreies System europäischer Sicherheit, Die Ansätze zur NATO-Osterweiterung sieht er kritisch, warnt vor einem kalten Frieden. Also in der OSZE-Akte hat Russland selber unterschrieben, dass die Völker des ehemaligen sowjetischen Blocks frei sind, ihre Wahl zu treffen, im politischen, ökonomischen und auch im militärischen Bereich. Unser Land war damals in einem so schlimmen Zustand, dass es schlichtweg nicht imstande war, seine Interessen zu verteidigen. Doch die Menschen konnten sich mit einer so himmelschreienden historischen Ungerechtigkeit nicht abfinden. Innerhalb Russlands gelten weiter eigene Maßstäbe. Den Unabhängigkeitskampf der Tschetschenen im Kaukasus lässt Yeltsin niederwalzen. Als Wladimir Putin Ministerpräsident wird, verschärft sich nicht nur der Tonfall. Wir werden diese Rebellen aufspüren. Wenn es sein muss, lassen wir sie sogar auf dem Scheißhaus fertig machen. Sonst noch Fragen? Der neue Regierungschef hat dem sowjetischen Geheimdienst Karriere gemacht. Yeltsin will, dass Putin so bald wie möglich sein Nachfolger wird. Im Jahr 2000 wird der Arbeitersohn aus St. Petersburg russischer Präsident, tritt ein schweres Erbe an. Seinem Land will er neue Geltung verschaffen. Wirtschaftlich, politisch, militärisch. Putin findet dafür Rückhalt beim Volk. Und versteht sich auf historische Rituale. Putin hat eine sehr klare Theorie der russischen Geschichte. Er beschreibt die 1990er Jahre als eine Art Niedergang und Desaster. Dann positioniert er sich selbst am Wendepunkt, von dem aus Russland sich erholt und wieder den Weg alter imperialer Größe beschreitet. Doch gilt das von Anfang an? Staatsbesuch in Deutschland Ende September 2001. Gemeinsame Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Nach den Anschlägen des 11. September in den USA schlägt Putin eine Allianz gegen den Terror vor. Soll das Böse bestraft werden? Ich bin einverstanden. Doch wir müssen verstehen, dass keine Rückschläge den vollständigen, zielstrebigen und gut koordinierten Kampf gegen den Terrorismus ersetzen können. In diesem Sinne bin ich voll und ganz mit dem amerikanischen Präsidenten einverstanden. Der Auftritt im Deutschen Bundestag weckt Hoffnungen. Der Kalte Krieg ist vorbei. Putin bietet dem Westen Partnerschaft an. Ist der Ost-West-Konflikt endgültig passé? Die Mitgliedschaft von fünf ehemaligen Warschauer Paktstaaten und drei früheren Sowjetrepubliken in EU und NATO sieht Putin als westliches Hegemoniestreben. Der Kreml-Chef warnt. Der Kalte Krieg ist beendet. Aber nicht mit einem Friedensvertrag, nicht mit verständlichen und transparenten Absprachen zur Beachtung bestehender oder noch zu schaffender Regeln und Standards. Mir scheint, er wurde auch dadurch enttäuscht, dass man Russland nicht in den engsten Kreis der führenden westlichen Länder aufnahm. Ihm schien, dass Russland dort weiterhin fremd war. Das hat ihn gekränkt. Hier, so scheint es mir, liegt in seinem Verhältnis zum Westen sehr viel Persönliches. Im Jahr 2004 protestieren in Kiew monatelang ukrainische Bürger gegen Wahlbetrug und Machtmissbrauch. Die Orange-Revolution fordert mehr Demokratie und Öffnung zum Westen. Von dem Moment an, als sich 2004 die Orange-Revolution ereignete, begann sich Putin über den westlichen Einfluss in Russland Sorgen zu machen. Es geht um die Idee von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wovor Putin am meisten Angst hat, ist eine Revolution der Straße. G8-Gipfel 2006 in St. Petersburg. Wladimir Putin ist Gastgeber. Einige Gäste, etwa US-Präsident Bush, wollen das neue Mitglied nicht nur wirtschaftlich einbinden. Ich habe ihm erzählt, dass ich in der Welt die Demokratie fördern möchte, wie im Irak. Viele hoffen, dass Putin sich ebenso für die Demokratie einsetzt, wie wir in vielen Teilen der Welt. Aber klar, es wird eine Demokratie nach russischer Art. Wir wünschen uns natürlich nicht so eine Demokratie wie im Irak, das sage ich ganz ehrlich. Putin will sich auch sonst nicht an westlichen Maßstäben messen lassen. Besser als wir weiß keiner, wie wir unseren Staat stärken. Dabei setzt Putin auf die Symbolkraft der Geschichte. Historische Motive, die bis in die Zeit Peters des Großen reichen, sollen patriotische Gefühle wecken. In den letzten Jahren haben sich imperiale Stimmungen und Ansprüche verstärkt. Die politische Führung greift sowohl auf die zaristische wie auf die sowjetische Ideologie des russischen Imperiums zurück. Will Putin wirklich den Schritt zurück in die Zukunft? Soll die Erinnerung an vergangene Größe über innere Konflikte hinwegtäuschen? Oder geht es um seinen Rang in der Geschichte? Es ist kein Zufall, dass Putin die Siegesfeiern für den Zweiten Weltkrieg wiederbelebt hat. Mit sowjetischen Uniformen, Fahnen und anderen Symbolen. Er knüpft an Stalins imperiales Vermächtnis an, mit dem er identifiziert werden möchte. Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten bestimmt Putin als Präsident oder Regierungschef die russische Politik. Das führte 2011 und 2012 zu großen Protesten. Doch für Gesetze, die das Recht auf Opposition einschränken, fand Putin eine breite Mehrheit im Parlament. Er nennt es die Diktatur des Gesetzes. Die von Putin errichtete gelenkte Demokratie hat panische Angst vor den westlichen Werten. Denn sie würden dann die gelenkte Demokratie in Frage stellen. Zehn Jahre nach der Orangenrevolution flammt der Protest gegen die ukrainische Staatsführung wieder auf. Nach blutigen Unruhen auf dem Maidan flieht Präsident Janukowitsch. Auch weil es Forderungen nach einem NATO- und EU-Beitritt der Ukraine gibt, sieht Putin darin einen vom Westen gelenkten Staatsstreich. Mit der Annexion der Krim und der militärischen Unterstützung von Separatisten in der Ostukraine will er sich den Einfluss auf das Nachbarland sichern. Es gehe um den Schutz russischer Minderheiten und ihrer Heimat. Was ist das überhaupt für eine Argumentation? Historisches russisches Einflussgebiet. Also da wird sozusagen ein historischer Imperialismus Russlands aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Es wird jetzt alles in ethnischen, ethnisch-kulturellen Kategorien irgendwie zu Russland gerechnet. Im ostukrainischen Scharkiv versammelten sich immer wieder prorussische Aktivisten und Sowjetveteranen vor dem Lenindenkmal. Wie viele von ihnen wirklich zu Russland gehören wollen, ist unklar. Doch im September 2014 stürzen pro westliche, zum Teil nationalistisch orientierte Jugendliche das historische Symbol vom Sockel. Moskau sieht Faschisten am Werk. Die Propaganda des Kreml spricht von einem Bürgerkrieg unter Ukrainern. Doch kommen immer mehr russische Waffen und Freiwillige zum Einsatz, angeblich bislang keine regulären Truppen. Kämpfer für Neurussland nennen sich Separatisten unter dieser Flagge. Der Begriff aus der Zarenzeit wird für die Loslösung ihrer Gebiete von der Ukraine instrumentalisiert. Die Regierung in Kiew kann sich auf geltendes Völkerrecht stützen. Danach sind die Ostukraine und die Krim nach wie vor ukrainisches Staatsgebiet. Doch Putins Propaganda setzt den Bürgerkrieg 1918, den Kampf der Roten Armee 41 und den der Separatisten heute gleich. Mit solchen Parolen ziehen die Separatisten in den Kampf gegen die angeblich faschistische Ukraine für eine Volksrepublik Donetsk. In Russland ist dieses Syndrom der Angst vor dem eigenen Zerfall oder der eigenen Bedrohung und des Schaffens von Pufferzonen, die man zu natürlichen russischen Einflussgebieten erklärt, das ist ein tief verwurzeltes Syndrom, was wir jetzt auch wieder sehen. In Kiew will man mithilfe des Westens die weitere Spaltung des Landes verhindern. Auch hier erinnert der Präsident an historische Vorbilder. Ein grausamer Feind hat in unser Leben eingegriffen, in unser Territorium, unsere Freiheit und Unabhängigkeit. Aber das ganze Land, die gesamte Ukraine, jung und alt, stand auf, um die Heimat zu verteidigen. Wir werden diesen vaterländischen Krieg gewinnen. Die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite. Zwei Vaterländer, die dasselbe für sich beanspruchen. Ukrainisches Staatsgebiet. Die Liebe zur Heimat ist eines der stärksten, erhebendsten Gefühle. Sie hat sich in voller Maße gezeigt in der brüderlichen Unterstützung der Bewohner der Krim und Sevastopols, als sie fest entschieden haben, in ihr heimatliches Haus zurückzukehren. Dieses Ereignis wird für immer ein Meilenstein unserer vaterländischen Geschichte bleiben. Nicht nur Europa, die Welt steht 2014 an einem Wendepunkt. Wladimir Putin spielt die Geschichte gegen das geltende Völkerrecht aus und beschwört damit einen neuen Ost-West-Konflikt herauf. Der Westen fühlt sich von Russland und Russland sich vom Westen bedroht. Europa läuft Gefahr, dass die Frage des Rechts einmal mehr eine Frage der Macht wird und am Ende eine von Krieg oder Frieden. So begann in der Sowjetunion der Prozess einer mühsamen Verabschiedung von dieser Zeit des stalinistischen Albtraumes. Und dieser Schock der Terrorjahre hat natürlich sehr lange nachgewirkt. Die Halbinsel Krim wird auf Weisung Khrushchevs, seiner Heimat, der Ukraine, angegliedert. Bisher gehörte sie wegen des Militärhafens Sevastopol zu Russland. Dazu Putin heute. Initiiert hat diesen Schritt Nikita Khrushchev, höchstpersönlich. Ob er sich dadurch die Unterstützung der ukrainischen Nomenklatur sichern oder seine Schuld an den Repressionen in der Ukraine in den 30er Jahren wiedergutmachen wollte, das mögen die Historiker klären. Raketenfieber. Der erste Mensch in der Erdumlaufbahn ist der russische Kosmonaut Yuri Gagarin. Der Kreml-Chef ist überzeugt, dass der Kommunismus den Kapitalismus überrunden kann. Und er will auch bei der Raketenrüstung mit den USA auf Augenhöhe sein. Im Oktober 1962 fordert der Kreml-Chef US-Präsident Kennedy heraus, lässt auf Kuba Atomraketen stationieren. Khrushchev will das sozialistische Bruderland schützen und im Rüstungswettlauf aufholen. Die USA wollen eine solche Bedrohung vor der eigenen Haustür nicht hinnehmen. Die Welt steht am Rande des Atomkriegs. Gegenseitiges Einlenken in letzter Minute verhindert das Schreckensszenario. Auch der Streit um den Status von Berlin wird beigelegt. Mit dem Mauerbau wird die Grenze der Einflusssphären in Ost und West für Jahrzehnte betoniert. Seine Ära gilt als eine der starken Nationen. Leonid Brezhnev regiert die Sowjetunion fast 20 Jahre lang. Als Reformer in der Tschechoslowakei einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz fordern und durchsetzen wollen, lässt der Kreml-Chef Panzer rollen. Der Prager Frühling 1968 wird von Truppen des Warschauer Pakts gewaltsam niedergeschlagen. Es gilt ein Prinzip. Die Brezhnev-Doktrin, so wurde sie genannt, sie existierte ja vorher schon. Formell verkündet wurde sie dann, Prag 68. Das hieß ganz einfach, dass wer einmal zum sowjetischen Lager gehört, dieses nicht mehr verlassen kann. Das war ein Denken in Welteinflusssphären. Höchstpersönlich. Ob er sich dadurch die Unterstützung der ukrainischen Nomenklatur sichern oder seine Schuld an den Repressionen in der Ukraine in den 30er Jahren wiedergutmachen wollte, das mögen die Historiker klären. Raketenfieber. Der erste Mensch in der Erdumlaufbahn ist der russische Kosmonaut Yuri Gagarin. Der Kreml-Chef ist überzeugt, dass der Kommunismus den Kapitalismus überrunden kann. Und er will auch bei der Raketenrüstung mit den USA auf Augenhöhe sein. Im Oktober 1962 fordert der Kreml-Chef US-Präsident Kennedy heraus, lässt auf Kuba Atomraketen stationieren. Khrushchev will das sozialistische Bruderland schützen und im Rüstungswettlauf aufholen. Die USA wollen eine solche Bedrohung vor der eigenen Haustür nicht hinnehmen. Die Welt steht am Rande des Atomkriegs. Gegenseitiges Einlenken in letzter Minute verhindert das Schreckensszenario. Auch der Streit um den Status von Berlin wird beigelegt. Mit dem Mauerbau wird die Grenze der Einflusssphären in Ost und West für Jahrzehnte betoniert. Seine Ära gilt als eine der Stagnation. Leonid Brezhnev regiert die Sowjetunion fast 20 Jahre lang. Als Reformer in der Tschechoslowakei einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz fordern und durchsetzen wollen, lässt der Kreml-Chef Panzer rollen. Der Prager Frühling 1968 wird von Truppen des Warschauer Pakts gewaltsam niedergeschlagen. Es gilt ein Prinzip. Die Brezhnev-Doktrin, so wurde sie genannt, sie existierte ja vorher schon. Formell verkündet wurde sie dann in Prag 1968. Das hieß ganz einfach, dass wer einmal zum sowjetischen Lager gehört, dieses nicht mehr verlassen kann. Das war ein Denken in Welteinflusssphären, was natürlich die Amerikaner zum Teil eben auch hatten. Doch es gibt auch Entspannung. Brezhnev-Besuch bei Bundeskanzler Willy Brandt. Die Anerkennung des territorialen Status quo, Gewaltverzicht und menschliche Erleichterungen sind Gegenstand der sogenannten Ostverträge. Doch den Bruderkuss bekommt nur Erich Honecker. In Helsinki tagt die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Trotz des Rüstungswettlaufs und der Gegensätze der Systeme soll friedliche Koexistenz möglich sein. 1975 wird die Schlussakte unterzeichnet. Doch die Brezhnev-Doktrin gilt weiter. Der Kreml-Chef lässt Neuns Opfer der kommunistischen Ära rehabilitiert. Im Laufe des Bürgerkriegs besiegen die Bolschewiki nacheinander ihre Gegner. Sie gliedern auch die Ukraine in die entstehende Föderation der Sowjetrepubliken ein. Polen und die baltischen Staaten bleiben unabhängig. Bald darauf stirbt die Symbolfigur der neuen Sowjetmacht. Lenins einbalsamierte Leiche wird im neu gebauten Mausoleum am Kreml ausgestellt. Er selbst hatte Moskau zur Hauptstadt der Sowjetunion und der Weltrevolution erklärt. Im Machtkampf um die Nachfolge siegt Josef Stalin. Er nennt sich selbst der Stählerne. Binnen weniger Jahre schaltet er alle seine Rivalen aus, lässt christliche Ikonen zerstören und Kirchen sprengen. Der neue Glaube heißt Kommunismus. Zwangskollektivierung soll die eigenständigen Bauern um ihren Besitz bringen. Anfang der 1930er Jahre lässt Stalin das Getreide beschlagnahmen. Selbst in der Kornkammer des Landes, der Ukraine, kommt es zu einer Hungersnot. Es waren Millionen russischer, ukrainischer, kasachischer, nordkaukasischer und volga-deutscher Bauern, die in den Hungertod getrieben wurden. Wobei das Sterben in der Ukraine am größten war. Das war eines der schrecklichsten Verbrechen Stalins. Das von Aufbauparolen übertönt wird. Mit riesigen Bauvorhaben und rasanter Industrialisierung modernisiert der Stählerne das Sowjetreich. Im Eiltempo. Millionen von angeblichen Volksfeinden werden zu Zwangsarbeit in sibirische Lager geschickt. Stalin unterzeichnet persönlich Todeslisten zur Säuberung, wie es heißt. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs im August 1939 trifft hoher Besuch aus Berlin im Kreml ein. Die Außenminister Ribbentrop und Molotow unterzeichnen den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. Im geheimen Zusatzprotokoll legen die Diktatoren fest, wie sie Polen und Osteuropa unter sich aufteilen. Ein gegenseitiger Freibrief für den Einmarsch. Stalin gefielen die territorialen Vorschläge Hitlers außerordentlich. Stalin gefiel es, die baltischen Staaten zurückzubekommen und Ostpolen zurückzugewinnen. Deshalb willigte er in diesen Vertrag ein. Und mit allergrößtem Bedauern muss man feststellen, als Hitler den Zweiten Weltkrieg entfesselte, indem er Polen überfiel, war Stalin sein Verbündeter. Aber im Juni einundfällen einen eigenen Staat. Die Folge ist ein grausamer Bürgerkrieg. Monarchisten, Bürgerliche und andere Gegner der Bolschewisten, sowie eine Vielzahl von Unabhängigkeitsbewegungen stehen einer Roten Arbeiter- und Bauernarmee gegenüber. Schließlich siegen Lenins Truppen mit Terror und Gewalt. Die Sowjetunion wurde durch Krieg zusammengeschmiedet. Es fand ein Krieg mit Georgien statt, ein Krieg mit der Ukraine und danach ein Krieg mit den baltischen Staaten. Die Sowjetunion war, wie das Russische Reich, ein expansionistisches Imperium. Auf Lenins Befehl wird die Zarenfamilie im sibirischen Exil erschossen. 90 Jahre später werden sie vom obersten Gerichtshof Russlands als Opfer der kommunistischen Ära rehabilitiert. Im Laufe des Bürgerkriegs besiegen die Bolschewiki nacheinander ihre Gegner. Sie gliedern auch die Ukraine in die entstehende Föderation der Sowjetrepubliken ein. Polen und die baltischen Staaten bleiben unabhängig. Bald darauf stirbt die Symbolfigur der neuen Sowjetmacht. Lenins einbalsamierte Leiche wird im neu gebauten Mausoleum am Kreml ausgestellt. Er selbst hatte Moskau zur Hauptstadt der Sowjetunion und der Weltrevolution erklärt. Im Machtkampf um die Nachfolge siegt Josef Stalin. Er nennt sich selbst der Städlerne. Binnen weniger Jahre schaltet er alle seine Rivalen aus, lässt christliche Ikonen zerstören und Kirchen sprengen. Der neue Glaube heißt Kommunismus. Zwangskollektivierung soll die eigenständigen Bauern um ihren Besitz bringen. Anfang der 1930er Jahre lässt Stalin das Getreide beschlagnahmen. Selbst in der Kornkammer des Landes, der Ukraine, kommt es zu einer Hungersnot. Es waren Millionen russischer, ukrainischer, kasachischer, nordkaukasischer und volga-deutscher Bauern, die in den Hungertod getrieben wurden. Wobei das Sterben in der Ukraine am größten war. Das war eines der schrecklichsten Verbrechen Stalins. Das von Aufbauparolen übertönt wird. Mit riesigen Bauvorhaben und rasanter Industrialisierung modernisiert der Stählerne das Sowjetreich. Im Eiltempo. Millionen von angeblichen Volksfeinden werden zu Zwangsarbeit in sibirische Lager geschickt. Stalin unterzeichnet persönlich Todeslisten zur Säuberung, wie es heißt. Bei aller Gemeinsamkeit haben die slawischen Völker der Russen und Ukrainer eigene Wurzeln und Traditionen. Aus Kiewer Sicht könnte man sagen, waren diese nördlichen moskovitischen Fürstentümer ganz primitive Republiken. Kiew war schon eine große Stadt, als da oben noch alles aus Holz gebaut war und noch kein Kreml und gar nichts stand. Doch als die Osmanen Konstantinopel erobern, wird Moskau Ende des 15. Jahrhunderts zur Hauptstadt der orthodoxen Christenheit. Die russischen Herrscher sehen sich in der Nachfolge der oströmischen Kaiser und ihres Reiches. Im Moskauer Kreml wird 1672 der Thronerbe geboren, den man später Peter den Großen nennt. Als Putin Präsident wurde, fragte man ihn, welches Herrscherporträt er sich ins Arbeitszimmer hängen wolle. Er sagte, bei mir hängen schon zwei. Eines ist das von Peter dem Großen. Der selbstbewusste Sprössling der Romanov-Dynastie ist der Begründer der russischen Großmacht. Peter erobert den Zugang zur Ostsee, dann gründet der junge Zar eine Stadt, die er nach sich selbst benennt. In St. Petersburg entstehen Bauten nach den Vorbildern von Rom und Versailles. Es wird zur neuen russischen Hauptstadt. Peters Reich wächst nach Osten, nach Süden und Westen. Auch Teile der Ukraine werden erobert. An der Ostsee besitzt Russland nun drei Seehäfen. Peters Blick richtet sich westwärts. Er gründet eine Kriegs- und eine Handelsflotte. Auf Reisen nach Italien, Holland und Deutschland nimmt er Maß für eigene Reformen. Ob in Handel, Handwerk, Verwaltung oder Militär. Er modernisiert sein Imperium mit aller Macht und mit Gewalt. Doch während Putin den Imperialen Peter feiert, sehen andere in ihm vor allem den Europäer. Es ist auch eine große Leistung Peters des Großen. Er hat das Fenster Russlands nach Europa geöffnet. Und auf diese Weise hat er die Spaltung zwischen Ost und West überwunden. Also Russland wurde dann zum Bestandteil Europas, zum Bestandteil der europäischen Völkergemeinschaft. Auch Katharina die Große, die aus Deutschland stammt, orientiert sich am Westen. Mit 16 Jahren kam sie nach Russland, heiratete den künftigen Zaren, ließ ihn später stürzen und übernahm dann selbst die Macht. Schon ihr Vorbild ist Peter der Große. Sie will sein Reformwerk fortführen und schreckt dabei, wie er, vor Gewalt nicht zurück. Unter ihrer Herrschaft wird das russische Imperium weiter wachsen. Sie lässt Sibirien erobern. Seine Ära gilt als eine der Stagnation. Leonid Brezhnev regiert die Sowjetunion fast 20 Jahre lang. Als Reformer in der Tschechoslowakei einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz fordern und durchsetzen wollen, lässt der Kreml-Chef Panzer rollen. Der Prager Frühling 1968 wird von Truppen des Warschauer Pakts gewaltsam niedergeschlagen. Es gilt ein Prinzip. Die Brezhnev-Doktrin, so wurde sie genannt, sie existierte ja vorher schon. Formell verkündet wurde sie dann in Prag 68. Das hieß ganz einfach, dass wer einmal zum sowjetischen Lager gehört, dieses nicht mehr verlassen kann. Das war ein Denken in Welteinflusssphären, was natürlich die Amerikaner zum Teil eben auch hatten. Doch es gibt auch Entspannung. Brezhnev-Besuch bei Bundeskanzler Willy Brandt. Die Anerkennung des territorialen Status Quo, Gewaltverzicht und menschliche Erleichterungen sind Gegenstand der sogenannten Ostverträge. Doch den Bruderkuss bekommt nur Erich Honecker. In Helsinki tagt die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Trotz des Rüstungswettlaufs und der Gegensätze der Systeme soll friedliche Koexistenz möglich sein. 1975 wird die Schlussakte unterzeichnet. Doch die Brezhnev-Doktrin gilt weiter. Der Kreml-Chef lässt 1979 sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschieren. Dort ist das sozialistische Regime bedroht. Brezhnev hat auch versucht, seine Anflusssphäre zu erweitern und das hat er in Afghanistan getan. Zehn Jahre später ziehen die Sowjet-Truppen aus Afghanistan ab. Es ist der Ausdruck seines neuen Denkens. Mikhail Gorbatschow will, dass Völker und Staaten künftig über ihren eigenen Weg entscheiden. Das starre, staatssozialistische System ist wirtschaftlich am Ende. Mit politischen und ökonomischen Reformen beginnt Gorbatschow, die Sowjetunion zu liberalisieren. Gorbatschow war sehr beeinflusst vom Prager Frühling. Er war 1969 in Prag und lernte viele Reformer kennen. In den 80er Jahren wollte er auf diese Idee zurückgreifen und den Kommunismus von innen erneuern, wie die Tschechen. In Polen ging die Gewerkschafts- und Bürgerrechtsbewegung Solidarność der neuen Zeit voraus. Auch Ungarn und Tschechen wollen über sich selbst bestimmen und schließlich auch die Ostdeutschen. Tauwetter auch im Verhältnis zu den USA. Reagan und Gorbatschow soll Lebensraum im Osten erobern und die Sowjetunion zerschlagen. Sie wissen damals nicht, dass Hitler beschlossen hat, Die Verluste Russlands im 20. Jahrhundert, die Verluste an Menschen waren dermaßen groß, dass man vom tragischsten Jahrhundert unsere Geschichte sprechen muss. Trotz riesiger Verluste, nach der Schlacht von Stalingrad kommt die Wende. Die Rote Armee erobert das eigene Land zurück. Gewinnt mit jedem Sieg neues Selbstbewusstsein in dem von Stalin propagierten großen vaterländischen Krieg. Auch die Ukraine und die Krim werden befreit. Hier will Stalin ein Zeichen setzen, lädt im Februar 1945 die künftigen Siegermächte zur Konferenz von Yalta ein. Der britische Premier Churchill, US-Präsident Roosevelt und der sowjetische Staatschef legen die künftigen Einflusssphären in Europa fest. Zwei Monate später tobt der Endkampf um Berlin. Die Menschen in der Sowjetunion sind stolz, dass ihre Armee Hitlers Hauptstadt erobert. Sie haben für diesen Krieg die meisten Opfer bringen müssen. Stalins Macht reicht nun bis in die Mitte Deutschlands. Die Bilder der Siegesfeier auf dem Roten Platz in Moskau zeigen den Sowjetführer nach seinem größten Triumph. Die Sowjetunion ist von nun an neben den USA führende Weltmacht. Eine Epochenwende, die sich einprägt. Natürlich ist für Putin, wie für jeden Russen, das größte psychologisch prägende und identitätsschaffende historische Ereignis der große vaterländische Krieg. Der Zweite Weltkrieg, der Sieg in diesem Krieg. Bei der Konferenz von Potsdam im August 1945 bestätigen die Siegermächte ihre Machtsphären in Europa. Einschließlich der sowjetischen Gebietsgewinne durch den Hitler-Stalin-Pakt. Doch im aufkommenden Kalten Krieg spalten sich Ost und West. Sogenannte Volksrepubliken entstehen in Mittel- und Osteuropa. Einschließlich der DDR. Sie zählen fortan zum sowjetischen Machtbereich. Klare Theorie der russischen Geschichte. Er beschreibt die 1990er Jahre als eine Art Niedergang und Desaster. Dann positioniert er sich selbst am Wendepunkt, von dem aus Russland sich erholt und wieder den Weg alter imperialer Größe beschreitet. Doch gilt das von Anfang an? Staatsbesuch in Deutschland Ende September 2001. Gemeinsame Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Nach den Anschlägen des 11. September in den USA schlägt Putin eine Allianz gegen den Terror vor. Soll das Böse bestraft werden? Ich bin einverstanden. Doch wir müssen verstehen, dass keine Rückschläge den vollständigen, zielstrebigen und gut koordinierten Kampf gegen den Terrorismus ersetzen können. In diesem Sinne bin ich voll und ganz mit dem amerikanischen Präsident einverstanden. Der Auftritt im Deutschen Bundestag weckt Hoffnungen. Putin bietet dem Westen Partnerschaft an. Ist der Ost-West-Konflikt endgültig passé? Die Mitgliedschaft von fünf ehemaligen Warschauer Paktstaaten und drei früheren Sowjetrepubliken in EU und NATO sieht Putin als westliches Hegemoniestreben. Der Kreml-Chef warnt. Der Kalte Krieg ist beendet. Aber nicht mit einem Friedensvertrag, nicht mit verständlichen und transparenten Absprachen zur Beachtung bestehender oder noch zu schaffender Regeln und Standards. Mir scheint, er wurde auch dadurch enttäuscht, dass man Russland nicht in den engsten Kreis der führenden westlichen Länder aufnahm. Ihm schien, dass Russland dort weiterhin fremd war. Das hat ihn gekränkt. Hier, so scheint es mir, liegt in seinem Verhältnis zum Westen sehr viel Persönliches. Im Jahr 2004 protestieren in Kiew monatelang ukrainische Bürger gegen Wahlbetrug und Machtmissbrauch. Die Orange-Revolution fordert mehr Demokratie und Öffnung zum Westen. Von dem Moment an, als sich 2004 die Orange-Revolution ereignete, begann sich Putin über den westlichen Einfluss in Russland Sorgen zu machen. Es geht um die Idee von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wovor Putin am meisten Angst hat, ist eine Revolution der Straße. G8-Gipfel 2006 in St. Petersburg. Wladimir Putin ist Gastgeber. Einige Gäste, etwa US-Präsident Bush, wollen das neue Mitglied nicht nur wirtschaftlich einbinden. Ich habe ihm erzählt, dass ich in der Welt die Demokratie fördern möchte, wie im Irak. Viele hoffen, dass Putin sich ebenso für die Demokratie einsetzt, wie wir in vielen Teilen der Welt. Aber klar, es wird eine Demokratie. Er will an die großen Zeiten Russlands anknüpfen. Die russische Geschichte ist für Putin sehr wichtig, um seine eigenen Handlungen und seine Legitimität zu rechtfertigen. Putin weiß, was wirkt. Seine Auftritte erinnern an die imperialen Epochen des Zarenreichs und der Sowjetunion. Nach Jahren des Niedergangs ist sein Ziel, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Alles auf der Krim ist durchdrungen vom Stolz unserer gemeinsamen Vergangenheit. Putin und die Macht der Geschichte. Jetzt in ZDF History. Sochi im Februar 2014. Der russische Präsident hat die Olympischen Winterspiele ans Schwarze Meer geholt. Vor den Augen der Welt lässt Wladimir Putin die großen Wendepunkte der russischen Geschichte Revue passieren. Ob die Zeit Peters des Großen oder die Oktoberrevolution von 1917, es ist eine Rückschau in grellem Licht. Putin versteht die Bedeutung der russischen Geschichte für die Existenz der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, das sind Denkmäler, Symbole, Mythen, Heldengräber. Das ist Geschichte als Fundament der Nation. Machtdemonstration auf der Krim, die Russland kurz nach Sochi völkerrechtswidrig annektierte. Den Anschluss der ukrainischen Halbinsel rechtfertigt Putin nicht nur mit einer umstrittenen Volksabstimmung, sondern auch historisch. Russland hat bewiesen, dass es fähig ist, seine Landsleute zu schützen und Wahrheit und Gerechtigkeit ehrenvoll zu verteidigen. Putin meint, wo Russen leben, hat Russland auch Ansprüche. Wir sind uns der Unteilbarkeit des tausendjährigen Wegs unseres Vaterlands bewusst. Dieser historische Weg ist stark vom Glauben geprägt. Gerne beruft sich Putin auf seinen Namenspatron, den heiligen Wladimir, der als Fürst von Kiew das orthodoxe Christentum annahm und verbreitete. Und den Russen und Ukrainern heilig ist. Aus diesem Ursprung leitet Putin dauerhafte Verbundenheit ab. Hier hat der heilige Fürst Wladimir die Taufe empfangen. Seine geistige Heldentat, die Annahme des orthodoxen Glaubens, hat unsere gemeinsame Kultur geprägt. Er schuf die Werte und die Zivilisation, die Russland, die Ukraine und Weißrussland vereint. Das russische Reich entsteht im Norden, im Raum Moskau. Doch bei aller Gemeinsamkeit haben die slavischen Völker der Russen und Ukraine... Bald kämpft das russische Reich an mehreren Fronten, erleidet vor allem im Kampf gegen deutsche Truppen hohe Verluste. Auch das Schwarze Meer ist wie der Kriegsschauplatz. Nikolaus II. trat aus mehreren Gründen in den Ersten Weltkrieg ein. Zur Unterstützung für die slavischen Brüder und zum Kampf um die Meereggen. Natürlich war das sehr wichtig für Russland. Die russischen Zaren sahen Konstantinopel vor sich. Sie sahen die russische Fahne über Konstantinopel wehen. Für die Mehrheit der Bevölkerung bleiben die Kriegsziele frei. 1917 zwingen Demonstrationen, Streiks und Meutereien Nikolaus II. zur Abdankung. Die Symbole zaristischer Macht werden beseitigt. Nikolaus II. hat die Macht abgegeben. Er ist eine schwache Figur und Russland verzeiht seinen Herrschern alles, außer einem. Schwäche. Der Sturm Roter Garten auf das Winterpalais des Zaren wird zum Symbolmoment der Oktoberrevolution von 1917 stilisiert. Tatsächlich übernehmen die Bolschewisten hier fast kampflos die Macht. Es ist die Stunde Lenins. Nach einer Welle von Protesten, Streiks und Landbesetzungen ist die gesamte staatliche Ordnung zusammengebrochen. Die provisorische Regierung aus Sozialdemokraten und Liberalen wird von bolschewistischen Räten abgesetzt. Sie geben die Macht nicht mehr aus der Hand. Um die Revolution im Inneren durchzusetzen, will Lenin Frieden mit den Kriegsgednern schließen. Im Vertrag von Brest-Litovsk tritt die bolschewistische Regierung Gebiete an die Deutschen ab. Damit die Waffen schweigen. Die Bolschewisten kontrollieren jetzt nur noch das muskovitische Kernland. Alle nichtrussischen Gebiete lösen sich ab. Polen, Finnland und die baltischen Republiken, bis dahin Teil des russischen Imperiums, erkämpfen ihre Unabhängigkeit. Auch die Ukrainer wollen einen eigenen Staat. Die Folge ist ein grausamer Bürgerkrieg. Monarchisten, Bürgerliche und andere Gegner der Bolschewisten, sowie eine Vielzahl von Unabhängigkeitsbewegungen, stehen einer Roten Arbeiter- und Bauernarmee gegenüber. Schließlich sind die Bürgerkriege.